Jetzt ist er mir eventuell runtergefallen. Jetzt musst du ihn beiseite legen, damit du mit mir hier Jets machen kannst. Ja, beiseite legen. Also ich hab ihn einfach runtergeschmissen aus Versehen. Ich könnte ja eigentlich da vorne an der Palette da, nein, an der da, warten bis der Killer kommt. Du könntest dich auch hier in den Schrank stellen und wenn der Killer kommt, dann lobe ich da voll krass lang. Dann gehst du zu der Palette und stunts ihn dann nochmal. Und dann gehst du zu der Palette hier und stunts ihn nochmal. Also erst stellst du sie in den Schrank, dann zu der Palette und dann zu der Palette und schon hast du fertig. Das ist ein Ghostface. Okay. Ich kann grad sagen, ähm... Uh, großartig. Ich kann ja laufen. Echt? Ja. Ich kann das, ja. Ich kenn auch noch jemanden, der kann das, wenn er will. Ja, sorry, nur weil ich faul bin und mich gerne hinsetzen einfach. Ich bin nur nicht mit der Kiste. So, Herr Kinderl. Was kam hier hinten hin? Wo ist hier hinten? Der ist nämlich bei mir. Ja, da wo du die Kiste gemacht hast, in so nem Eckschrank bin ich. Okay, die Kiste hat doch hier irgendwo gemacht, oder? Ja. Und hier in dem Eckschrank, auf den ihr jetzt zuläuft. Oh nein, es ist ja grad hier mir vorbeigelaufen. Herr, den hier? Ja. Nee, nee, den anderen. Hier den. Den gegenüber davon? Ja. Den hier? Ja. Hier ist noch gleich die Palette. Hier ist noch einer. Gefallen. Alle sind mit da. Gucken nach deinem Stun und der Dippacktag die ganze Zeit hinten am Haken. Ja, sorry, wir hatten wichtige Sachen zu besprechen. Ist jetzt noch in der zweiten Phase gekommen, oder? Oh, scheiße. Ganz knapp. Es fehlt mir nur noch einer. Solltest du doch wohl noch schaffen in der Runde, oder? Oh, jetzt bleibt der schon wieder da stehen, ey. Oh, hier ist der Keller, hier wollte ich nicht hin. Aber wenn er zum Keller kommt, dann krieg ich's vielleicht hin. Ich hab heute mit Dennis ja in der Runde gespielt, war voll geil. Er hat mich in Ruhe gelassen, ja? Ja. Glaub ich. War voll geil. Weil, äh, der Killer, Dennis ging im Keller, ist dann im Schrank gegangen. Ich bin nach unten gerannt, weil, äh, ich dachte so, ich stell mir jetzt vor deinen Schrank. Und der Killer kam dann mit jemandem auf die Schulter runter und dachte so, oh, der steht da verletzt vor den Schrank. Und dann ging der Box sich doch gleich um. Und der Kampf dann ist rausgesprungen, hat halt den Typen von der Schulter geboxt. Und der Killer konnte mich nicht boxen. Und dann wollten wir alle drei aus dem Keller rausrennen. Ja. Hat doch alles, hat doch alles super funktioniert. Aber, der ist einfach disconnected, weil sein PC und so angegeben ist. Ach, wir hatten einen Ruin. Hatten wir, ja. Sen, ja. Sen, ja. Woooow! Okay. Ja. Komm doch zu mir, komm doch zu mir. Produktiv bin ich gerade leider nicht, ist ja der da hinten. Geil, sei du schaffst deine Aufgabe mal. Zumindest eine davon. Ist hier in dem Haus hinter dir in dem Schrank drin? Ich glaube schon. Oh echt jetzt? Ich hab schon gedacht, auch bei den Fähigkeiten. Alter. Bei dem Fähigkeitscheck muss ich gar nicht mehr drücken und dann lässt sich die letzte Sekunde noch knallen. Richtig. Oh, jetzt geht schon wieder los. Oh ja, hier ist ein Schrank drin. Oh fuck, oh fuck, er kommt her. Haha. Zack würde ich nur sagen. Hast du es geschafft, ja? Ja, ich habe es geschafft. Okay, sie will nicht. Okay, sie will nicht. auch da wird geschafft. Ja, 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 ja. Aber cool, dass die einzigen Gen, die wieder an sind, die Gen sind, die ich gemacht habe. so was nicht einfach mal selbstständig anmachen mit schrei wenn er kommt wie ein Mädchen ok das gefällt mir so jetzt haben wir die Genpunkte voll jetzt machen wir keine mehr oder jetzt sind alle durch klar ok das hatte ich gerade ein bisschen für mich angehört ist doch hier irgendwo ich bin schon nein vor den Sprinten gegen den Holzstapel gemacht geil boah alter Falter dachte ich eben du wärst Ghostfacey ja ja willst du das nicht aus der besten vierten haben klar warum nicht ja das kannst du toll ja das kannst du toll ja das kannst du toll hinter dir ist noch ein Gem hinter dir ist noch ein Gem ok ja aber wer kommt hierher ach wo ist er in der Palette oder ha 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 Ist der jetzt echt weggegangen? Nein, der ist noch da. Als ob der mich noch kurz gestunnt hat, äh, hier gestalkt hat. Oh, hier geradeaus einfach weiter hinterm Häuschen, der ist schon ganz weit offen, der Dings. Wo bist du denn jetzt? Im Haus. Oh, okay, ich hab gedacht, du bekommst ein kleines Häuschen. Ja, ich bin auf Wickel. Take a hit. Ja, ich hoffe, er, ähm, Stock möchte ich jetzt auch noch, damit ich nämlich tot. Take 3 Hits. Wow, shit. Lass mich liegen, lass mich liegen. Lass mich liegen, nein. Du bist jetzt tot, ne? Nein. Aber, ne, scheiße, ja, nö, ich hab ja gesagt, ich hab kein einziges Totem gesehen, ich hab so noch Dings. Ach, Yono. Wie ja alle da am Ausgang, anstatt irgendeiner sich auf die Suche nach diesem Scheiß Totem macht. Ich mag die 500 extra Punkte immer. Nee, du sollst nicht da hinten langlaufen. Aber sie hat's versucht. Das muss man ihr zu gut. Nein, was machst du denn da? Ding abhängt. Ja, du bist aber tot oder nicht? Äh, oder nicht? Ja, doch. Oh, was machst du denn, Jane? Ich hab mir so ne Mühe gegeben, damit du rauskommst. Und dann lässt du dich umwachsen und so. Das war ja jetzt grundig ein Teil des Plans. Nee, aber man muss sagen, wir hatten endlich mal wieder, zumindest die Nähe, auch wenn die ein bisschen umgetrollt hat, wieder einen vernünftigen, ähm, 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 äh, Überlebenden dabei. Ich hab die Aufgabe geschafft, ist das nicht toll? Ja, das ist total klasse. Yay. Du hast es geschafft. Ja. Schaffst du es noch raus? Ja. 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 Ich brauche sagen, ich liebe dich. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Was ist típierlich?